Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 18. Mai. Heute dabei YouTube Music, Instagram, nochmal Instagram, Mark Zuckerberg und Paypal. Beginnen tun wir mit YouTube Music. Die sind jetzt offiziell und starten jetzt sehr bald schon. Natürlich erstmal wieder in Amerika und ein paar anderen Ländern. Aber auch Deutschland wird relativ zeitnah wohl bedient. Und was ist jetzt YouTube Music? YouTube Music ist jetzt der nächste Versuch von Google, auch in Sachen Streaming mitzumischen und gegen Spotify, Netflix und Co. anzugehen. Es gab davor schon natürlich Google Music, die gibt es ja immer noch. Dann gab es, das wird nämlich jetzt eingestellt, YouTube Red. Und ja, YouTube Music wird es in einer Variante als mit Werbung finanzierten Dienst geben, aber auch als Premium Version für, ach, große Überraschung, die üblichen 9,99 Euro, wollte ich sagen. Aber es sind Dollar, 9,99 Euro und wahrscheinlich dann in Euro und das gleiche ist ja auch oft gern einfach nur 1 zu 1 umgemünzt. YouTube Premium ist praktisch der Ersatz für YouTube Red. Dort gibt es nämlich dann auch Videos ohne Anzeigen, Video Downloads und auch YouTube Originals. Originals, das sind die, praktisch die, ja, Serienfilme, die YouTube selber finanzierte, ähnlich wie die Netflix Originals und die Amazon. Heißen die ja auch Originals? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, die kann man damit halt auch angucken und eben 2 Dollar mehr. Naja, das ist eigentlich in Anführungsstrichen erstmal ganz fair. Andererseits, ja, so viele Originals haben die auch nicht, ne? Und ja, anzeigenfreie Videos, tja, ob das jetzt so der Bringer ist, andere Sache. Downloads sind auch nicht so super interessant. Gerade auch, ja, wenn beispielsweise ihr Kunde bei Telekom seid und Streamungen habt, dann könnt ihr eh für lau streamen. Von daher ist der Download dann höchstens, wenn kein Netz da ist, interessant. Naja, wir werden aber ein Auge drauf halten, gucken, wie sich das etabliert. Denn bislang, ja, waren die Google-Sachen für mich auf jeden Fall gefühlt nicht so der Hit. Google Music hatte ich mal ausprobiert, aber ich bin teuer Spotify-Kunde. Jo, nächstes Thema, Instagram. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt neue Büros in San Francisco beziehen werden. Und zwar, ja, haben die dort jetzt endlich ein Gebäude gefunden, haben da vier Floors gemietet und Adresse ist 181 Freemant. Und dort sollen 100 Instagram-Angestellte demnächst arbeiten. Ja, es gab wohl schon länger, ja, Suche nach entsprechenden Objekten in San Francisco. Denn bislang ist Instagram in, ja, in einem anderen Bereich. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt die sind. Das hätte ich mal lieber vorher recherchieren sollen. Habe ich nicht gemacht. Aber nichtdestotrotz, sie haben ja immer noch unter anderem 200 Mitarbeiter in New York und 400 am Hauptbüro in Menlo Park, wo er auf Facebook ist. Und ja, wahrscheinlich, genau, von da werden die Leute dann zu San Francisco rüber ins Büro wechseln, denke ich mal. Naja, Details könnt ihr euch durchlesen im Link in den Shownotes. Bleiben wir aber mal bei Instagram. Denn es gibt jetzt neue Funktionen. Und zwar das Re-Sharing von Posts. Aber, ja, nicht zu früh freuen. Das ist nicht praktisch das Retweeten, dass man halt Fotos nimmt und die in seiner Timeline dann re-shared, re-grammt oder wie man es auch nennen möchte. Nein, es ist jetzt die Möglichkeit, wenn man ein Foto sieht von einem anderen Instagramer, dann kann man das sharen in seine Story. Also aus dem normalen Instagram-Feed in die Instagram-Story rein und kann dann dort entsprechend auch noch natürlich Text hinzupacken. Und es ist ein Verweis in irgischer Weise zu der Person, die das Originalfoto gepostet hat. Und ja, so kann man seine Stories noch ein bisschen, ja, aufmotzen. Und gleichzeitig, ja, wird der Inhalt der Person eben nicht genutzt, um den eigenen Instagram-Feed vielleicht schöner zu gestalten. Aber trotz allem, wahrscheinlich ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis wir mal richtiges Re-Gramming bekommen. Tools gibt es ja dafür, aber Native ist natürlich immer besser. Ich habe die Funktion auch nicht. Sie soll jetzt, ja, praktisch auch heute schon teilweise freigeschaltet worden sein. Ich schaue morgen mal. Ihr könnt ja auch mal gucken. Marc Zuckerberg, wenn wir schon bei Instagram sind, können wir auch über die Mutterfirma Facebook reden und dann über den Kollegen Zuckerberg. Der musste ja auch schon in Amerika Rede und Antwort stehen, aufgrund der Datenskandale rund um Facebook. Und ja, jetzt wird er auch sich nach Europa bewegen und dem Europäischen Parlament Rede und Antwort stehen. Das Europäische Parlament, sprich hier die Instanz, die Parlamentsinstanz der European Union, die wird sich mit dem Treffen am 22. Mai, aber privat. Sprich, es ist jetzt keine öffentliche Anhörung oder wie man es auch nennen möchte, sondern es wird privat stattfinden. Es wird natürlich drumherum auch eine Pressekonferenz geben und dann gucken wir mal, was man da so erfährt an Neuigkeiten oder auch nicht. So, letzte Nachricht für heute. PayPal kauft iZettle aus Stockholm. iZettle, das ist ja praktisch der Square aus Europa, sprich diesen Großgewerden mit so einem kleinen Dongle, den man an sein Telefon in die Lautsprecher, nicht Lautsprecher, in die Kopfhörerbuchse reinpacken konnte. Und dann konnte man damit praktisch auch Kreditkarten annehmen. Hinterher haben sie halt auch ein Bluetooth-Device gehabt. Tja, und die wollten jetzt an die Börse gehen eigentlich. Vor neun Tagen haben sie ein IPO angekündigt oder auch eingereicht, die Daten dafür, die Unterlagen. Und jetzt hat PayPal zugegriffen. Und nicht mit einem Aktientausch oder sonst wie, sondern es wird Cash bezahlt. 2,2 Milliarden US-Dollar schiebt PayPal für iZettle rüber. Und das Gesamte soll im dritten Quartal 2018 über die Bühne gebracht werden. Ja, und damit hat PayPal auf jeden Fall auch nochmal Hardware-mäßig ein bisschen aufgestockt. Und ist, glaube ich, ganz gut gewappnet. Also auch für mich macht der Kauf auf jeden Fall Sinn. iZettle ist ja sehr stark in Europa. Und ja, ich bin gespannt, was das dann wirklich bringt und wie sich das auswirkt. Oder ob wir dann einfach alle weiterhin iZettle benutzen wie bisher, nur mit ein bisschen mehr Integration. Tja, das war es dann aber auch heute. Nicht nur heute, sondern auch für die Woche. Ich wünsche euch ein tolles Pfingstwochenende. Ich weiß nicht, ob der Martin am Montag schon für euch da ist. Da ist ja Pfingstmontag. Feiertag ist ja immer. Gucken wir mal, ob wir ein Daily haben oder auch nicht. Lasst euch überraschen. Aber spätestens am Dienstag wird der Martin euch mit News versorgen. Ich wünsche euch, wie gesagt, tolles Pfingstwochenende. Und wir hören uns dann in der Folgewoche wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.